Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jöni hier und herzlich willkommen zum nächsten The Walking Dead Season 3 Let's Play. Ja Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Die letzte Folge haben wir da aufgehört gehabt, wo Javier ein Messer in seine Schulter bekommen hat. Der ist jetzt ziemlich am Bluten. Wir sind jetzt am Versuchen, ihn zu heilen, beziehungsweise den Doktor aufzufinden. Und ich hab die Folge extra die Ruhe vor dem Sturm genannt, also die letzte, weil man merkt immer, es ist gerade ziemlich ruhig noch, aber bald wird der Krieg losgehen. Und deshalb hat der Titel einfach perfekt gepasst. Und ja, ich wollte noch Bescheid geben, heute Abend gegen 22 Uhr wird es höchstwahrscheinlich einen Livestream von mir geben. Nur nicht zu 100%, aber ich sag mal so zu 70% auf jeden Fall. Und deshalb checkt auf jeden Fall meinen Twitch-Kanal aus, ist ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Dort geht's dann wieder los mit 4Champions, man. Und ja, ich würde sagen Leute, wir starten direkt rein, zögern nicht lange. Los geht's. Meinst du, der Lindegas ist da drin? Ach du Scheiße. Clem? Hey! Poster Hilfe. Looking for something? Sort of. Ich weiß, das sieht schlecht aus, aber es ist nicht wie... Es ist nicht wie wie... Ich bin nur hier, um mit Lingard zu sprechen, über wo A.J. ist jetzt. Anyway, ich kann nicht nach Richmond mit dem Herd aus. Something sagt, dass ich Lingard nicht interessiert, was du machst. Er ist weg, seitdem ich hierher bin. Er ist alive. Poor dumm Basterd. Das wird mehr brauchen als nur cleaning, Javi. Nur zu. Ja, die hat das doch schon mal gemacht. Was bleibt uns anderes übrig? Oh mein Gott. Das erinnert an Lee. Der hat damals auch seinen Arm verloren. Clem? Are you okay? I'm fine. I started bleeding. I know, it's a thing. I've traveled with women before, and they all had it. What is it? I mean, like, why is it... I just don't understand. Du wirst erwachsen. Ah, die hat ihre Tage. It means you're... Growing up. Blossoming into... You know, like... Womanhood. Your body is developing, and... Things change, but it'll be okay. Okay. I can take you back to Kate. She can help you with, uh... Javi, worry about yourself right now. We need to find a needle and thread to stitch you up first. Oh, ah, right. We need to find a needle and thread to stitch you up first. We need to find a needle and thread to stitch you up first. Oh, hey, Clementine. Leute, ihr wisst noch, wo wir das letztes Jahr angefangen haben. Wisst ihr noch mit Lee? Lee? Und jetzt ist sie schon so erwachsen geworden. Ich schwöre, es ist zwar nur ein Spiel so, aber wenn man sich da so hineinversetzt, man, diese Entwicklung alles zu sehen, ist Hammer, Alter. Deshalb, ey, liebe ich manchmal auch meine Art, dass ich einfach so dabei bin, das Ganze fühle. Und so, das feiere ich einfach an mir, Alter. Muss ich wirklich sagen, ey. Gibt nicht viele Leute, die so zu sehen. Ist leider so. Und wir suchen nach einer Nadel. Guck mal weiter hier. Da kommt die Clementine ja nicht dran, da oben. Nimm die Pillen, leg sie zurück. Ich würde sie nehmen. Wir nehmen das trotzdem mit. Die haben uns alle hier verarscht, Alter. Ist mir doch scheißegal, wenn die so bald weg sind. Ja, und sonst noch irgendwas hier. Wir gucken einfach mal, Leute. Vielleicht finden wir noch was. Hier wir gehen. Hier wir gehen. Conor McGregor auf der ersten Seite, auf der rechten Seite. Was ist das denn? Windows Vista auf dem PC? Das haben wir alles abgesucht. Wir können jetzt zu Clementine. Ohrfeil verpassen. Ansprechen. Ne, man, wir reden erst mal mit Clementine, ey. Aber wir sehen sie erst mal an. Gucken, was der da macht. Hä? Was guckt er da jetzt an? Den Typen will ich nicht ansehen. Hey, das ist nur was du schaust. Ach so, das ist... Das sind die Slips. Du wirst erwachsen, Clementine. Ist doch alles okay. Die hat das schon mal bei sich selbst gemacht, glaube ich, ne? Wo die da allein in diesem Haus war, ey. Okay. Okay. Hold still. Try not to breathe. Sixpack ist da. Flache Brust ist da. Look, ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht die beste Person zu sprechen, um diese Dinge zuvor. Du bist nicht so schlecht. Danke für, du weißt, dass du hier bist. Basisch, all das bedeutet, ist, dass du eine Mutter geworden bist. Wenn du es möchtest. Der Schlawiner. Nein. Flashback? Oh mein Gott. Wenn jetzt ein Flashback mit Kenny kommt, Alter. Ey, bitte, bitte, bitte Kenny, Alter. Ey, Kenny und Lee. Warum kommt nicht mal ein oder noch was mit Lee, Alter? Mit Lee, das wäre so krass. Einfach mit Lee ein Flashback. Es ist ein Butterfly. Es ist ein Butterfly. Goofball. Ein anderer? Welche? Welche machen wir weiter? Hmm. Wie geht es? Wie geht es? Barsch, Barsch! Barsch, Alter. Hey. Das ist ein guter Knie. Ich habe immer das gemacht. Das ist für ein Duck. Er wird es schreit. Jetzt wieder Candy zu sehen, das ist echt heftig. Just a second, Grooveball. Voila! Hey, get away from him! Ach, du Scheiße. Boah, hat die denn umgenockt, alter, krass. Verrückt dich, A.J. Du hast auch gemacht. Du hast so viel für A.J. als ich habe. Rebecca wäre auch dankbar für dich. Ja, aber du bist die einzige Mama, die er hat. Protektiv, liebende, tieren. All the things a good parent needs to be, and all at your age. Die Parenthood ist ein helles Motivator, doch. Das ist sicher. Das kind of love. Es bringt uns das beste in uns. Ich habe es mit Lee gefühlt. Ja, er war ein guter Mann. Ich könnte ihn besser behandeln. Ich weiß das jetzt. Oh, die Kinder sind so gut von dem kvellen wie ich bin. So, ich habe mir gedacht, es ist kein Problem, hier überleben zu sein. Ich hoffe, Wellington wird uns in ein paar Tage. Ich hoffe, wir finden einige gute Leute hier in Florida. Vielleicht sogar ein kleiner Freund für diesen Goofball. Würde das nicht schön sein? Wir könnten die Firma nutzen. Hell, ich weiß, ich könnte. Anywhere is better than here. Ich glaube, ich glaube, ich kann einen anderen Tag auf dem Schnee. Wir finden uns ein Playmate in kein Zeitpunkt, kid. Ich erinnere mich, wenn du und Duck zusammengekommen in der Motel zusammengekommen. Leben nicht viel bedeutet, ohne die Leute, die du mitzunehmen kannst. Sarita immer gesagt hat, Familie ist das, was du machen. Sie war richtig. Ich bin nicht so gut. Ich glaube, dass ich einfach... glücklich bin. Okay, okay, okay. Enough sack, Kenny. Wie ist das, kleiner Mann? Wir haben uns gegenseitig. So lange, als wir das haben, sind wir okay. Einen Monat später? Ach so. Nachdem das passiert ist, was wir gerade gesehen haben. Da, wo sie verbannt wurde von der New Frontier, glaube ich. Oder... was war da für eine Zeit? Ich weiß es nicht. Oder ist sie hier noch mit AJ unterwegs? Ich weiß es nicht. Zieh das Messer. Komm raus sofort. Ah. Die ist das. Ah, vielleicht wollte sie ihr helfen. Guck mal, die hat sie verfolgt und wollte ihr was... an Sachen bringen. Oder? Ich bin. Ich bin. Was passiert ist nicht einfach für uns. Du musst dir A.J. zurück, bitte. Er braucht mich. Ich brauche ihn. Das wird nicht passieren, Clem. Schau, es ist nicht viel, aber... hier. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. zumindest korrekt und bringt uns noch was, ne? Das ist echt nett von ihr. AJs Zeichnung. Hm. Danke. Das... Danke. 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 замbezogen. ário Du findest dich. Ich weiß, dass du dich will. Jemand, oder etwas. Ich hatte Lee. Du hast noch nie ihn erwähnt. Er hat mich geholfen. Every time, wenn ich A.J. Ich hörte ihn in meinem Kopf. Helpen mich. Glauben mich. Er ist noch mit dir. Hier. So ist A.J. Von der ersten Mal, die wir hier kennengelernt haben. Hier, entzündet von absoluter Hell. Du und A.J. waren ein Licht in der Schmerzen. Hoffnung für einen besseren Welt. Das ist, wer du bist. Ich versuch mir, du wirst das Licht nie verlieren. Bitte. Es ist, was dich speziell macht, Clem. Es ist, was die restliche Ausstrahlung. Okay. Ich versuch mir. Du bist ein schwieriger Kind. Ich versuch mir. 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 Ich versuch mir jetzt auf dich, Clem. Und wenn du ein bisschen mehr Unterstützung brauchst. Es gibt ein altes Flugzeug, über zehn oder so miles nach hier. Prescott. Es gibt gute Leute da. Ich bin sicher, dass sie dir helfen. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich, Clem. Ich bin aber interessant, natürlich. Du wirst dich okay sein. Danke, Ava. Glückwunsch da draußen, Clem. Boah, die Folge heute ist echt krank, Alter. Das ist zu krank einfach, Mann. Ja, Freunde. Wir werden an dieser Stelle pausieren und beim nächsten Mal weitermachen. Ich hatte einfach wieder Tränen im Auge gehabt, Alter. Das ist unglaublich, Mann. Das ist zwar nur ein Spiel, aber man verbindet damit einfach so viel, ey. Wir hatten jetzt einen Flashback gehabt, haben Kenny wieder gesehen, ey. Wir haben über so viele Dinge geredet, auch über Lee und alles. Das ist einfach krass, Mann, Alter. Wenn man das Spiel wirklich fühlt und mit dabei ist, dann ist das einfach nur nicht in Worte zu fassen. Das ist unglaublich, ey. Ja, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diese kranke Folge, Mann. Ich will ja die 10.000 Likes sehen, weil so eine Folge kommt nicht jeden Tag. Das war heute auch wieder eine einzigartige Folge. Und heute Abend dann wahrscheinlich ab 22 Uhr streamen auf Twitch. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung für FIFA und GamingTV. Abchecken. Und ich werde dann wahrscheinlich heute streamen und denkt daran, euch Prison Break zu schauen. Ich bin raus, Mann, haut rein und ciao.